hallo und herzlich willkommen zu folge nummer vier in folge nummer vier fasse ich euch zwei kleinere tools zusammen und zwar einmal die werkzeuge und einmal die favoriten die werkzeuge nutze ich persönlich nicht ich zeige euch aber was ihr damit machen könnt beziehungsweise auch was ihr damit nicht machen könnt für mich ist es einfach ein tool das ich nicht brauche weil es für mich keinen mehrwert bietet jetzt auch in bezug auf revelry auf die werkzeuge kommt ihr wieder über euer notizbuch hier oben normalerweise hier das ist die erste seite die euch angezeigt wird und zwar könnt ihr hier einfach eure nadeln eintragen die ihr habt einmal hier oben die double pointed needles und hier unten die rundstegg nadeln also das sind hier die die sockenstegg nadeln und die rundstegg nadeln und im prinzip könnt ihr ja eigentlich nur eintragen wie viele davon habt also wenn ihr hier auf irgendein kästchen geht also ich sage jetzt hier mal der zwölf zoll 12 zoll dass die seillänge und in nadelstärke 3 kann ich hier drauf gehen und kann hier sagen et dann kommt hier einfach ein nadelspiel mit dazu oder zwei oder drei oder wie viel ich auch habe viel mehr kann ich hier nicht machen darum ist es für mich eigentlich nicht interessant was ich machen kann wenn ich das jetzt hier drin habe wenn ihr hier oben dann auf details inventory geht könnt ihr noch einen kommentar dazu hinterlassen also da könnt ihr dann wenn ihr hier auf edit geht einfach sagen ich weiß es nicht vielleicht keine ahnung lücke lücke lücken nadeln oder irgendwie sowas oder ja ich weiß nicht was man da eingibt oder könnt ihr könnt vielleicht eingeben in welcher nadeltasche ihr das habt aber vielmehr auch nicht darum ich finde das ist eigentlich nicht notwendig also außer ihr habt jetzt wahnsinnig viele nadeln und sagt okay ich möchte das jetzt wissen nur das problem ist auch ich kann diese nadeln eigentlich nicht oder ich kann hier nicht zum beispiel über meine projektseite zugreifen also ich kann nicht sagen ich stecke das jetzt mit nadelstärke 3 und hätte dann hier in der ansicht eben eins weniger zur verfügung das funktioniert leider nicht ich weiß auch nicht warum nicht aber dafür ist das da also wer das gern nutzen möchte der kann sich da austoben kann dass seine nadeln eintragen huck hier unten sind die häkeln nadeln könnt ihr mit angeben hier habt ihr noch so eine übersicht für tiny also für kleine nadeln für ganz kleine da könnt ihr das noch eingeben oder hier eben noch mal für die häkelnadeln in normale und metall mehr bietet glaube ich dieses werkzeuge tool nicht also ich selber habe es zumindest noch nicht rausgefunden werde aber schon mal was rausgefunden hat wo man das nutzen kann er kann mir da gern mir das sagen oder mir einen kommentar hinterlassen wie gesagt wer es machen möchte kann es machen und weil eben hierzu nicht so viel zu sagen ist zeige ich euch heute noch mal wie die favoriten organisiert und zwar kommt ihr da auch eben hier über das herzchen oder hier oben ich denke dass diese herzchen kennt jeder als ihr könnt in revelry eigentlich theoretisch alles ein herzchen geben also ob das jetzt ein projekt ist von jemand anderem oder ob es eine anleitung ist ob es ein garn ist ihr könnt für alles da herzchen verteilen und es landet alles in euren favoriten und zwar zunächst erst mal unsortiert ich zeige es euch mal kurz wenn ich jetzt auf die anleitungen mal wieder gehen und sie mich jetzt zum beispiel mal die hier und sagt ich möchte meinen favoriten speichern dann geht immer hier erst mal so ein kleines fenster auf und ihr könnt hier das ist jetzt auch was was ich nutze das sind so ein bundle geben also in den ordner geben wo das schon mal ein bisschen vorsortiert ist das empfehle ich auch weil ihr sonst wirklich ein bisschen chaotisch es werden ja mit der zeit immer mehr herzchen und sonst habt ihr ein bisschen chaotische sortierung also ich sortiere das auch vor und kann jetzt hier zum beispiel sagen möchte das in die oberteile einsortieren oder könnte es wieder gleich zu eurer wunschliste hinzufügen oder was auch immer also könnt hier auch direkt einen neuen ordner anlegen wo ihr das rein haben wollt könnt kommentare gleich dazu schreiben oder wieder hier die tags oder stichwörter einfacher eingeben um das besser zu finden und dann kann ich jetzt sagen änderungen speichern und dann habe ich das in meinen favoriten seht ihr das ist hier gleich das das erste was ich da drin habe ihr könnt wie gesagt hier oben sind die alten wo ich jetzt habe wir sind auch einige sachen einfach nicht sortiert weil ich das früher auch nicht gemacht habe und habe dann irgendwie an nicht alle einsortiert und hier seht ihr diese bündel kann hier ein neues bündel anlegen wenn ich noch mal eins will und kann dann meine favoriten dort einfügen das geht relativ einfach wenn ihr mehrere zum beispiel habt dann könnt ihr hier oben gehen auf ordnen da heißt es komischerweise auf deutsch ordnen nicht organize aber ihr könnt es hier ordnen und könnt ihr unten sagen select multiple favorites dann könnt ihr gleich mehrere auf einmal anklicken hier zum beispiel und die dann auf einmal verschieben könnt ihr hier sagen add to a bundle die sind jetzt allerdings schon im tücher bundle drin aber ich kann jetzt zum beispiel sagen ich tue die noch keine ahnung zum beispiel auf meine wunschliste drauf und dann sind die jetzt hier in tücher und in der wunschliste drin also ihr könnt durchaus auch mehrere ordner verwenden ihr könnt zum beispiel wenn ihr wollt nach farben sortieren oder nach mustern sortieren oder eben nach socken oder was es alles gibt also das bleibt ganz euch überlassen aber hier über dieses ordnen kann man das relativ schnell machen wenn ihr das bisher noch nicht geordnet habt kann man die relativ schnell irgendwo reinschieben ihr könnt hier oben wieder oder ihr könnt euch hier oben so einen kleinen filter anzeigen lassen und zwar könnt ihr ja zum beispiel auch designer favorisieren oder eben wie gesagt anleitungen projekte gar nicht da könnt ihr das filtern was euch anzeigen soll und hier oben könnt ihr wieder euch anzeigen lassen welche bildchen ihr dann hättet ob ihr hier größere hat gern hätte die schauen eigentlich genauso aus oder eben kleinere bildchen die schauen auch genauso auf aber wahrscheinlich weil ich im ordnen bin wenn wir nicht mehr auf gesamt gehe da seht ihr jetzt hier den unterschied wie es anzeigen lasst es ging wohl in dem ordner nicht jetzt die großen oder hier eben als fotoübersicht so und kann hier wieder über die erweiterte suche übrigens dann mein filter anwendern allerdings müsst ihr da vorher sagen entweder designer oder hier meine anleitungen zum beispiel das sind hier alle meine favorisierten anleitungen und dann kann ich die hier filtern also da müsst ihr so eine kleine vorauswahl treffen was ihr filtern wollt und dann könnt ihr hier wieder den bekannten sehr umfangreichen filter anwenden und sagen was habe ich denn alles in meinen favoriten das geht übrigens andersherum auch wenn ihr über die anleitungen zum beispiel hier auf die erweiterte suche geht könnt ihr grundsätzlich hier schon mal das häkchen setzen ich möchte nur anleitungen durchsuchen die in meinen favoriten sind also das wäre der umgekehrte weg da kommt dass das gleiche prinzip kommt ihr genauso drauf und du könnt dann hier eure favorisierten sachen einfach durchsuchen also das bietet hier eben dieses modul ja mehr dann auch nicht natürlich könnt ihr wieder wenn ich hier drauf gehe aber dann kommt ihr einfach auf die anleitungsseite seht ihr ich habe sie in den favoriten kann dann wieder sagen in die planung anschlagen und so weiter mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen und dann wünsche ich euch viel spaß beim ordnen und sortieren eurer favoriten und vielleicht beim anlegen eure werkzeuge danke fürs zuhören tschüss und servus bis zum nächsten mal